Herzlich willkommen zurück Freunde zu einer weiteren Episode von Let's Play Star Wars Battlefront 2 Helden vs. Schurken. Heute sind wir als oberster Anführer Kylo Ren unterwegs und wir haben Vader, Iden Versio und außerdem noch Fassman unserer Seite. Ich liebe es eben Blasterhelden wie Fassman meiner Seite zu haben, weil wir die gut beschützen können und die machen dann die ganzen Damage gegen die widerliche helle Seite. Und ja, Iden Versio ist vor allem ganz gut darin, weil dieser Schaden nicht abgedockt werden kann. Luke, Leia, Anakin und Solo sind unsere Gegner, also die Gegner haben auch zwei Blasterhelden und zwei Lichtschwerthelden. Also schauen wir mal wie wir uns die schlagen, auf Jakku Freunde, los geht's, wuhu! So, ich habe da hinten schon, äh, die Gegner gesichtet und, ähm, muss aufpassen, dass ich hier, oh, mh, dass ich hier wieder hochkomme. Sehr gut. So, das war eine Granate dort hinten. Gucken wir mal ganz kurz, holen wir mal ganz kurz Leia her zu uns hier. Sehr schön. Waren wir gut positioniert, wir können Leia niedermachen, superklasse, irgendwas hat auf uns geschossen. Ich glaube, das war aber nur Leia. Ich hoffe mal, es war nur Leia. Ich warte, bis ich ein bisschen regeneriert bin, dann jump ich mal hier oben rauf. Äh, da oben hin. Luke ist hier. Hören wir die mal alle her. Sehr gut. Ah, ist Obi-Wan. Kann ich ihn vielleicht von hinten attackieren? Nein, der ist abgehauen. Leia ist auch dort. Und Han Solo. Oh Gott, ich bin sehr, sehr übel gelandet gerade. Kann ich die vielleicht alle stoppen? Nein, schade. Ich habe gedacht, ich kann vielleicht auch irgendwie jemanden hinten stoppen, um unser Team noch, ähm, einen ordentlichen Play zu ermöglichen. Aber es hat nicht funktioniert. Wir gucken mal, wie es aussieht. Wir sind letzter. Wir haben nur einen Kill. Nicht all so viel Schaden gemacht, aber das ist okay. Wir spielen uns schon wieder rein. Ich weiß, dass wir es können. Irgendwie. Oh, holen wir den mal her hier? Oh mein Gott, diese Granate. Was ist das eigentlich? Ich dachte, das ist da drüben. Super. So, Luke haben wir erstmal gestoppt und Platz gemacht. Da ist Solo. Sehr gut. Das war halt Han Solo, ne? Der hat uns beschossen, hat eine Granate geworfen. Und so konnte er uns eben, ähm, üble Dinge antun. Aiden steht da oben. Ich beschütze mal Aiden hier oben. Lauf mal hier rum. Und hol mal Leia her. Die ist gerade weggerollt. Super. Sie wird auch noch weiterhin beschossen. Sehr gut. Und machen wir sie platt. Jawohl. Super klasse. Wir haben sie schnell genug platt gemacht. Ähm. Müsst du aufpassen. Luke ist hier. Kann ich Luke stoppen? Jawohl. Ich konnte ihn stoppen. Sehr schön. Aber mehr als das konnte ich auch nicht anrichten gerade. Und irgendwas schießt wieder auf uns. Das ist ein sehr, sehr übles Gebiet hier für uns. Ah, schade. Dort drüben kam Leia also. Von der Seite. Wir starten gleich wieder. Äh, als Kylo Ren natürlich. Super klasse. Oh Mist, ich hab Boba Fett ausgewählt versehentlich. Hä, wieso war Boba Fett ausgewählt? Na gut, dann machen wir ganz kurz ein bisschen Action als Boba. So. Okay, okay, okay. Schade, ich konnte nicht viel anrichten als Boba Fett, aber das passt schon. Gehen wir auf Charakter wechseln. Wählen doch mal Kylo Ren aus dem Startbild hier als Kylo Ren. Ich weiß auch nicht, warum da eben Boba Fett ausgewählt war. Aber ist nicht schlimm. Es kann nicht schaden. Zwischendurch mal andere Helden zu probieren. So, wir attackieren mal Leia hier. Sehr gut. Wir sind immer noch auf dem letzten Platz. Wir haben relativ viele Kills, aber nicht allzu viel Schaden angerichtet. Hol uns den mal her. Beziehungsweise konnte ich gerade nicht. Aber wir können ihn hier stoppen. Super. Sehr gut. Weil wir ihn gestoppt haben, gab es zumindest einen möglichen Kill für uns. Ähm, Han Solo ist dort drüben. Ich guck mal ganz kurz, dass ich da vielleicht drüber fliegen kann. Juhu. Super, den haben wir erledigt. Sehr gut. Und unsere Abklingzeiten sind ein bisschen low. Ich guck mal, ob ich Anakin mal hier ein paar Schläge verpassen kann. Ich sag schon Schüsse. Ich hab vor Orlando gespielt, Freunde. Jeder rennt weg. Ich bleib mal in der Nähe von Eiden. Super, klasse. Sehr gut. Ne, seht ihr? Deswegen, ich hab mir schon gedacht, dass er blind auf Eiden losrennt. Und deswegen war ich in der Nähe geblieben. Auch hier, ne? Können wir uns mal Han herholen? Super. Dann ist er auch Platz. Sehr gut. Und da kommt auch noch irgendwas anderes von hinten. Anakin wieder. Aber ich wurde auch noch beschossen. Schade. Ich hab gehofft, einen wäre noch da. Aber es war Leia, die hinter uns war. Okay. Bleiben wir nochmal hier und machen weiter. Sehr gut. Dann müssen wir nicht zu lange warten. Super, klasse. So. Okay, da ist Anakin. Holst sie mal alle her hier. Beziehungsweise rennt einfach mal rein. Beste, was ich gerade rausholen konnte, war das. Super. Sehr schön. Vader hat ihn gerade zur richtigen Zeit hochgehoben. Da konnten wir ihn niedermetzeln. Ich renne jetzt mal hier hoch. Dort ist Leia. Hatten die ersten Angriffe auf sie. Ist immer sehr hilfreich, wenn wir die ersten Schläge haben. Gegen so einen Blasterhelden. Wenn wir uns anschleichen können, irgendwie. Gehen wir hier hoch. Super, den haben wir auch platt gemacht. Sehr gut. Holen wir Anakin hier weg. Von unseren Blasterhelden. Sehr gut. Vader hat alles im Griff. Dort kommt der Nächste. Wir erhalten mal kurz Luke ein klein wenig auf hier. Damit er nicht helfen kann. Beziehungsweise kriegen wir Feuerunterstützung. Hoffe ich doch mal. Okay. Gehen wir jetzt mal hier hin. Super, halten. Oh mein Gott, da kam auch noch. Ah, schade. Es war Han Solo. Der noch aufgetaucht ist eben. Gut. Gehen wir doch mal hier als Kylo rein. Sehr gut. Sind auf dem zweiten Platz im Moment. Weil wir eine gute Killstreak hatten. Was sehr, sehr schön ist. Weiter geht's. Dort drüben ist die ganze Action. Fast man wurde besiegt. Das gefällt mir gar nicht. Dort ist... Guck mal, wer hier gerade aufgetaucht ist. Direkt vor uns. Super klasse. Ich versuche jetzt mal hier Anakin wegzuholen. Oh Mist. Der hat sie leider schon erledigt. Ich habe gehofft, ich komme nach rechtszeitig. Ich habe sie leider schon draufgegangen. Ich laufe jetzt mal hier rum. So. Auf die gute Leer. Super, die wurde erledigt. Lando ist auch noch hier. Ah, schade. Ich habe zur falschen Zeit Stoppen aktiviert. So, greifen wir ihn mal von hinten an. Ah, schade. Luke hat uns gerade noch weggestoßen. Oh Mann, ey. Es war so knapp, Freunde. Wir hätten ihn fast noch gekriegt. Aber wir sind immerhin Zweiter. Das ist ganz gut. Solange wir, wie gesagt, nicht letzter sind und unser Team nicht enttäuschen, ist alles ordentlich. Wir führen ja auch mit 17 zu 7. 16 zu 7. Entschuldigung. Anakin ist hier. Ah, schade. Er hat mich noch angezogen. Ich konnte nicht rechtzeitig blocken. Doch diese Druckwelle war halt echt hart eben. Ah Mist. Und dann noch mal eine Explosion. Okay. Manchmal sport man halt genau dann zwischen seinem eigenen Team und den Gegnern. Und das eigene Team geht dann down und da hat man halt ein Problem. So wie jetzt hier zum Beispiel. Dort ist alles voller Blasterhelden, die uns beschießen. Luke ist auch da. Ich kann... Warum geht mein Blocken nicht? Ich habe geblockt eben. Aber aus irgendeinem Grund hat das nicht funktioniert. Ihr habt mal sehen, mein Charakter stand da, ohne zu blocken. Das war sehr, sehr seltsam. Ich habe eigentlich die rechte Maustaste gedrückt gehalten, aber irgendwie hat das vorher nicht funktioniert. Gut, gehen wir gleich mal da oben hoch. Unser Team darf nicht übermütig werden. Gut, nachlässig. Guck mal, dass ich jetzt von hier runterkomme. Gut Leute sterben, wenn wir kämpfen. Okay. Luke greift über Luke an hier. Sehr gut, da kommt schon. Du Loser! Geht er direkt weg. Da ist die Nächste. Greift über Lea an hier. So, berichtigen mit Stoppen. Oh, dann niedermachen. Schade, das hat nicht ganz gut funktioniert. Ich hätte sie noch ranziehen sollen zu mir. Das wäre besser gewesen. Wahrscheinlich direkt nach dem Stoppen oder so. Hätte mir auch ein bisschen Damage angerichtet. Aber ist nicht weiter schlimm. Gehen wir jetzt nochmal da oben rauf schnell. So, super klasse. Ich liebe Jakku. Cooler Level. Dort hinten jemand? Dort. Ich konnte hier nicht direkt hochziehen eben. Lauf mal hier oben rauf. Oh, die Schläge ging alle daneben. Die Wohnzahre verstärkt. Super, der ist platt gemacht. Sehr gut. Dort ist Lea. Holen wir es auch immer schnell. Sehr schön. Wir sind noch Zweiter. Wir haben sogar einen gemächsten Spieler mit dabei. Einmal 408. Das ist richtig krass. So, weiter geht's, Freunde. Weiter geht's. Oh, ich wollte gerade den hier herholen. Anakin. Er wird gut beschossen. Dort ist Lando. Ich würde gerne Lando holen hier. Weil er seine Rauchburg aufgestellt hat. Perfekt. Der ist Platz. Da kann er so viel rauchen, wie er will. Oh, schade. Wir müssen aufpassen. Lea ist da drüben. Und wir kriegen sie, oder? Jawohl. Super. Sehr gut. So sieht es am Ende aus. Wir haben 20 Kills geholt. Sind gerade hinter denen mit 21 Kills. Auf dem zweiten Platz in unserem Team. Das ist absolut großartig, Freunde. Und ich freue mich auf eine weitere tolle Runde hier mit unserem guten Kylo Ren. Eben dieses Mal als oberster Anführer. Und wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Runde, Freunde. Wir befinden uns hier in der nächsten Runde mit unserem Kylo. Haben Count Duke an unserer Seite, der gerade aus dem Bett aufgestiegen ist. Dann haben wir Bosk und Darth Maul. Und wir kämpfen auf der hellen Seite gegen Anakin, Rey, Obi-Wan und Lea. Dann wollen wir mal, Freunde. Die haben also einen Blasterheld und drei Lichtschwetthelden. Und es ist gefährlich, weil wir auf Bespin sind. Denn hier können wir ganz leicht runterfallen. Wir sollten also vermeiden, draußen zu kämpfen. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass wir wieder draußen kämpfen werden. Ich gehe mal Doku hier hinterher. Guck mal, ob wir vielleicht irgendwas anrichten können. Ich packe auch mal ein Lichtschwetthel weg, so wie er das macht. Dann sind wir nicht so leicht zu sehen hier. Als Schwarze im weißen Gebiet. Das war eine Flagge, oder? Nein, gerade im Sprung wurde ich aufgehalten. Oh Mann, ey. Genau das war klar, dass das passiert. Deswegen sollten wir nicht draußen rumlaufen. Gerade niemand hat sich gesprungen. Doku wurde auch besiegt. Oh mein Gott, ey. Das fängt schon wieder gut an hier. Fängt schon wieder sehr gut an, weil ja alle rausrennen. Ja, komm schon. Sankweiler. Oh. Oh, schade. Vier Stück. Vier Stück auf einmal. Alle vier. Ich habe ja so mit zwei, drei. Geht ja noch, ne? Aber wenn dann vier da sind, dann ist es halt ein bisschen zu viel. Ähm, ich glaube, wir haben weggefrühstückt. Ich glaube nicht, dass unser Team das rallt hier. Wie das funktioniert. Auf, Bespin. Die werden draußen kämpfen. Die werden einzeln reinlaufen. Seine ähnliche Runde habe ich auch schon gehabt, wo dann ich auf der Seite war. Auf der Gewinnerseite. So, machen wir den mal schnell platt hier. Sehr gut. Den Auserwählten. Unser Auserwähltes Ziel. Dort ist jemand. Oh, schade. Obi-Wan war hier. Und, ähm, Rey wurde platt gemacht. Sehr gut. Obi-Wan ist noch da. Der rennt weg. Wie soll ein kleiner Feigling? Geh mir vor mir. Oh, er ist schon so. Surrender. Kann ich hier vielleicht stoppen irgendwie? So. Hat nicht funktioniert. Es geht nicht durch die Wand. Oh Gott, ey. So ein Feigling, Mann. Das ist so widerlich. Es macht wirklich keinen Spaß, eins gegen eins zu fighten. Überhaupt nicht. Am besten ist, man geht immer hin und holt sich jemanden von hinten oder so. Bosk ist hier. Ich gehe mal hoch und helfe unserem Bosk. Super. Der holt hier einige Kills. Super klasse. Und da ist Anakin. Ja, beruhig dich mal. Sehr gut. So. Okay, das war seine Druckwelle. Ich weiche nochmal aus hier. Rey ist auch da. Ah, schade. Umgedreht. Oh, Mist. Wir können halt nicht zwei Spiele auf so engem Raum zwei Spiele abzuwenden. Das ist sehr, sehr schwierig als Kylo Ren. Als Doku geht das noch, weil man halt wirklich viel ausweichen kann. Aber als Kylo ist es sehr, sehr schwer. Wir holen immerhin ein bisschen auf. Wir sind Letzter. Wir haben nur einen Kill. Wir machen nicht allzu viel Damage. Das ist in Ordnung. Wir kommen noch nicht so richtig ins Spiel rein. Das heißt aber, dass unser Team gut spielt. Und da bin ich immer sehr, sehr froh drüber. Aber ihr wisst ja, mein Ziel ist es, nicht Letzter zu sein. Wenn ich als Letzter bin, muss ich mich ein bisschen anstrengen, um eben genau das zu vermeiden. Super. Wir haben Lea erledigt. Sehr gut. Und jetzt gehe ich mal da oben hoch. Denn da wird auch gekämpft. Sehr, sehr gut. Da haben wir auch noch geholfen gegen Rey. Ihr seht, so geht das. So gewinnt man halt. Das ist ein Team-Game. Und man kann nicht einfach nur Duelle austragen die ganze Zeit. Vor allem, weil das halt unnötig Zeit kostet. Wir machen jetzt Han Solo Platz hier. Irgendwas kommt da von hinten. Okay, oder auch nicht. Irgendwas runtergefallen. Ich laufe mal hier rüber. Die jagen immer noch Han Solo. Das kann doch wohl nicht wahr sein, ne? Da ist Lea da drüben. Okay, ich gehe mal hier rüber. Holen wir mal den Hans her. Ah, der ist runtergefallen, oder? Sehr gut. Superklasse. Weil Doku ihn noch gestoppt hat. Ist der runtergefallen. Oh Gott, diese Explosion. Okay, der wurde gestoppt damit. Super. Damit Vader ihn runterwerfen konnte. Aber wir müssen halt aufpassen vor diesen Explosionen. Holen wir uns mal Lea her. Oh, schade. Ich habe Lea hier hingeworfen. Keiner konnte was daraus machen. Weil wahrscheinlich Vader hinter mir gestorben ist oder so. Ich habe halt gehofft, sie fällt noch runter. Aber sie ist nicht runtergefallen. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir Luke stoppen. Und dann erstmal ein paar Schläge von hinten verpassen. Sehr gut. Seht ihr, ich habe gekontert. Immer wenn er angegriffen hat, habe ich dann zugeschlagen im richtigen Moment. Da habe ich ihn dadurch gekillt. Konter funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Es ist immer noch sehr, sehr effektiv. Jetzt helfe ich mal hier gegen Han Solo. Der kann auch nicht ewig rollen. Beziehungsweise ewig ausweichen. Superklasse. Wir haben jetzt zwar nicht viel gemacht, aber es war moralische Unterstützung für Vader. Und die Sache ist die, wir führen wieder. Das ist super. Wir drehen den Spieß um hier. Stopp mal leer. Ich konnte hier nicht heranziehen. Da ist nochmal die nächste Granate. Ihr müsst aufpassen, ich bin ziemlich low. Geh mal schnell hier durch. Ich konnte auch nicht mehr blocken. Ich muss warten, bis ich meine Gesundheit ein bisschen aufgeladen hat. Bevor ich hier wieder rausgehe und mich Han Solo stelle. Der da drüben ist. Und mit Vader fightet. Aber ich konnte ihn nicht stoppen. Oh Gott. Luke ist auch hier. Hat gedacht, der kann mich hier runterstoßen. Aber so einfach ist das nicht. Der weiß, dass ich... Oh. Was? Anakin war das? Ah, der war auch noch da. Oh Mann ey. Ich wollte gerade kurz meine Ausdauer ein bisschen aufladen. Deswegen habe ich nicht geblockt. Aber dann kam Anakin noch um die Ecke. Und hat uns dann da runtergeworfen. Wenn man so wie wild rumfliegt über eine mega große... Oh mein Gott, die sind alle hier. Sofort haben die mich gesehen. Sofort drauf geachtet, dass ich hier rumgerannt bin. Super. So. Er hat zwar Druck und killt, aber wir haben sie auch noch gekillt. Okay. Er rollt da rum. Ich beschütze mal ganz kurz unseren Boss hier. Nämlich mal dahin, damit Boss schießen kann in Ruhe. Lea ist hier. Machen wir die mal auch schnell platt. Super klasse. Wenn die versucht, die Eye of Rainbow zu machen, dann muss die natürlich drauf gehen. Ganz klar, die muss dafür bezahlen. Oh Gott. Und kaum bin ich kurz draußen, kaum zeige ich mich, werde ich sofort beschossen von allen Seiten. Wo ist mein Team? Ach schade, ich konnte nicht heranziehen. Okay. Luke ist dort. Ich kann halt momentan nichts machen. Ich kann da nicht rausgehen. Osk wurde besiegt. Ich weiß nicht, was die anrichten. Was die gerade vorhaben. Geh mal hier rum. Elf auf der Seite. Lea wurde besiegt. Super klasse. Doku ist ziemlich low. Ich hoffe mal, der regeneriert sich gut. Oh, ich konnte ihn nicht stoppen. Aber mit Doku zusammen können wir ihn vielleicht schnell killen. Oh, schade, ich kann nicht blocken gerade. Oh, Mist. Ich konnte eben nicht blocken. Aus irgendeinem Grund hat das nicht funktioniert. Ich habe nicht so darauf geachtet, ob meine Ausdauer vielleicht leer war. Kann sein, dass die Ausdauer leer war. Doku wurde besiegt. Wir müssen uns ein bisschen konzentrieren hier bei der Runde, wenn wir die noch gewinnen wollen. Ansonsten sind die Gegner halt, wie gesagt, extremen Vorteil hier, weil die halt alles mögliche haben, um uns wegzustoßen. Explosionen und so ein Kram, ne? Oh, Mist. Oh, Mist. Seht ihr, genau das meine ich. Kaum bin ich mal ganz kurz dorthin und versuche, die zu stoppen, rollen die sich zufällig in dem Moment. Und dann ist alles mit Explosionen voll und wir fallen runter. Das wird leider nichts, Freunde. Wir können das hier nicht mehr drehen, auf Bespin. Sehr, sehr schade. Ihr seht, unser Team rennt halt. Ich bin letzter, das ist nicht gut. Aber unser Team rennt halt wirklich ein nach dem anderen gerade da rein. Und stirbt. So, komm mal, ich halte jetzt die zwei Lichtschwertelten auf. Wo ist meine Unterstützung? Wo ist meine Unterstützung? Wo ist meine Unterstützung? Da kamen sie eben. Sehr gut. So, jetzt müssen wir die auseinandernehmen. Oh, ich kann es eben nicht mehr blocken. Oh, schade. Da war nochmal eine Explosion. Genau, richtig. Detonationsladung. Unser Team kam nicht rechtzeitig zu Hilfe. Ist aber auch nicht weiter schlimm, Freunde. Wir haben die Runde leider verloren. Und ich konnte nicht viel anrichten im Moment. Unser Team hat zwar viele Kills geholt. Was sehr, sehr gut ist. Die haben ordentlich gespielt. Wir haben auch sogar jemand mit Level 645 hier. Aber es hat im Endeffekt nicht gereicht, um den Sieg zu holen. Es ist halt schwierig, auf Bespin zu kämpfen. Ihr seht da hier leer. Alles, was irgendwie Explosionen machen kann. Bomben und so Kram. Auf diesem engen Gebiet. Han Solo und so. Und natürlich die Jedi sind sehr, sehr gut da drin. Wir sehen uns wieder, hoffentlich in der nächsten Episode, Freunde. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und möge die Macht mit euch sein. Vielen lieben Dank.